Mein Name ist Markus Hofmeyer und spiel für den SV Zeitlein. Mein Name ist Markus Hofmeyer. Ich komme vom SV Friedlichsdorf aus der Gruppenliga West. Ich habe dort ein Jahr gespielt. Davor war ich in Hanau, Hanau 1960. Meine Position ist im Mittelfeld, Abwehr. Ich kann mich überall einsetzen, sage ich mal, auf jeder Position. So viel zu mir. Du verfügst ja schon überall eine große Erfahrung. Hast du auch unter anderem für den FSV Frankfurt gegen den Ball getreten. Ja, vor etwa zehn Jahren habe ich auch mein Debüt gegeben der zweiten Liga. Ich habe auch zwei Spiele gemacht. Es ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber jetzt geht es nach vorne. Dann bist du genau an der richtigen Adresse. Was sind deine Ziele beim SV? Mich erst mal als Stammspieler zu etablieren und dann den besten Platz wie möglich abzuschließen. Kennst du denn schon Spieler beim SV Zeitlein? Den Naoki kenne ich. Persönlich mit dem habe ich in Karlbach gespielt. Und den Rest kenne ich nur vom Hörensagen. Hast du noch einen Gruß an unsere Fans? Ja, bleibt gesund. Vor allem in dieser Zeit. Und auf geht's ihr Grün. Markus, vielen Dank und viel Erfolg beim SV Zalsam. Dankeschön.